Herr Räuernsburg! Schieber! Ich freu mich Schieber! Ja! So, hier könnt ihr sehen, falls ein Tor ein und gehen. Damit ich danke auf der Bahn bereiten. Das letzte Abend ist 48,62 Sekunden gemeldet. 48,62 Sekunden. Der Doppelder wird gesteht vor 14 Jahren, also im Jahr 2000. Thomas Winker, SSF Single. Er sprach im Jahr 2049,80. Also 14,80 ist zu schlagen. Und auf der Bahn 4, Barnabé Charmé. Er hat das Wunschstelle 8,59,80. Der Doppelder wird gesteht. Und damit zuerst aber schnackt die Mimodin 15 Minuten zu verbieten. Und im Jahr 2000. Jawoll! Oh! Beine Blieben unter dem alten Ausstattung. Sehr gut!